Hallo, wir sind Familie Mertens von der Handwerksbäckerei Mertens. In dritter Generation führen wir beide unser Unternehmen. 1952 hat mein Großvater hier das Stammhaus erworben, von meinem Vater weiter aufgebaut. Mittlerweile haben wir vier Filialen, einen Lebensmittelmarkt dazu und produzieren handwerkliche Produkte, regional unsere Filialen sind nicht weiter als fünf bis sechs Kilometer entfernt und wollen auch diese Nische weiter besetzen. Wichtig ist uns, dass die Jugend weiter ans Handwerk herangeführt wird und so haben wir in unserer Backstube mittlerweile drei Bäckergesellen unter 30, davon haben wir zwei selber ausgebildet. Aktuell bilden wir im Verkauf auch aus und hoffen so, das Handwerk weiterhin an guter Position bringen zu können. Ich bin Chiara Bendig, ich bin 18 Jahre alt und mache meine Ausbildung seit 2020 als Bäckereifachverkäuferin hier in Marino in der Filiale Bäckerei Mertens. Ich bin Chiara Bendig, ich bin Chiara Bendig, ich bin Chiara Bendig. Ich bin Chiara Bendig, ich bin Chiara Bendig, ich bin Chiara Bendig.